Und ich kann Ihnen ganz einfach runtergebrochen sagen, ein Öl und ein Gasembargo, was überhaupt gar nicht zu kompensieren ist, Katar hat nun nicht mal Bruchstücke des Bedarfs von Deutschland. Also darum verstehe ich die Diskussion nicht, worüber hier eigentlich gesprochen wird. Aber es wird darüber gesprochen, weil die Menschen, die Entscheidungsträger, die Dimensionen nun nicht mal kennen. Sie können Null- und Kommastellen nicht. Sie können Tausende von Millionen und Milliardengrößen nicht unterscheiden. Das ist das grundsätzliche Problem. Und da stößt eben auch die Bildungslücke hier in Deutschland rein. Wir haben hier ein Bildungsproblem. Das sitzt in der Regierung. Die Leute können überhaupt gar nicht mehr einschätzen, um welche Dimension es sich hier beim Industriestandort Deutschland überhaupt handelt. Und das ist das Grundproblem. Wenn wir darauf eingehen, auf ein Gas- und Öl-Embargo, dann können wir den ganzen Laden dicht machen. Das ist ein Schuss ins Knie von Russland, aber zwei Schüsse in beide Knie von Deutschland. Und das kapieren die Leute einfach nicht. Bitte erklären Sie es, liebe Medien, dann eben auch der Regierung, wie ihr die Dimensionen hängen. Ich habe vollstes Vertrauen in die ARD und ZDF. Dann lachen Sie! Erklären Sie es den Leuten. Sie sind tatsächlich zu doof. Wir haben hier ein intellektuelles Problem. Die Leute verstehen grundsätzlich nicht, worüber sie reden. Das möchte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin jetzt auch leise. Es ist dramatisch. Es ist wirklich dramatisch, wie doof die Entscheidungsträger sind. Ich bin mir nicht sicher, dass die Leute verstehen, die hier in der Regierung sitzen, worum es hier eigentlich geht. Und ob sie überhaupt die Industriestruktur Deutschlands verstanden haben. Weil offensichtlich ist das nicht der Fall. Denn wir müssen uns vorstellen, wofür wird Gas und Öl gebraucht. Natürlich für den Chemiesektor unter anderem auch. Sie haben im Anlagenbau große Maschinen, die gar nicht mehr laufen können, die sie auch nicht mehr in Gang bekommen. Was heißt das? Die gesamte Wertschöpfungskette von sämtlichen Produkten, in denen Chemicals drin sind, also Chemiegüter. Man muss sich mal fragen und sich auch darüber im Klaren sein, in was für Produkten, Endprodukten, Chemie drin ist von Bayer und vom BASF. Das fällt alles aus. Und dementsprechend betrifft es die gesamte Wertschöpfungskette von Endprodukten. Es sind nicht nur einzelne Raffinerien, das natürlich auch, aber es betrifft ganze Wertschöpfungsketten und Lieferketten, die hier ausfallen. Und dann die gesamten Arbeitsplätze, wenn Sie das hochrechnen, dann sind das Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die von einem Moment auf den anderen wegfallen. Und Sie können es nicht mehr zurückdrehen, weil nämlich, wenn eine Anlage, eine Großindustrieanlage nicht mehr versorgt werden kann, kann sie nicht zurückgeswitcht werden. Sie kann nicht mehr angeschaltet werden. Und auch das ganze Know-how geht verloren. Also die Entscheidungsträger müssen sich bei diesen Entscheidungen ganz, ganz im Klaren sein, was für Konsequenzen das eigentlich beinhaltet. Es ist dramatisch, es ist wirklich dramatisch, wie doof die Entscheidungsträger sind.